Ein chinesischer Designer zeigt, dass mit filigralem Handwerk und viel Geduld aus alten Zeitungen elegante Schuhe werden können. Der Erfinder der Schuhe, Yang Guang, ist Student in der Stadt Nanying. Seine Schuhe verkaufen sich nicht nur in China gut, sondern er exportiert sie auch nach Amerika und Europa. Vor einem Jahr verkaufte Yang sein erstes Paar Zeitungsschuhe und betreibt jetzt eine Fabrik mit über 200 Mitarbeitern. Die Schuhe sind komplett von Hand gewebt, anders als normale Schuhe, die durch ein ganzes Stück Leder bedeckt sind. Deshalb sind sie atmungsaktiver. Sie sind auch elastischer, weil wir ein flexibles Stück Baumwollfaser in die gefalteten Zeitungsstreifen einfügen. Die Einzigartigkeit eines jeden handgefertigten Paares macht die Schuhe bei Frauen beliebt. Als ich am Schaufenster vorbeiging, sah ich ein paar Schuhe in einem besonderen Design. Also ging ich hinein und schaute sie mir an. Der Verkäufer sagte mir, dass die Schuhe aus Zeitungspapier sind. Ich fand das sehr neu und so probierte ich sie an. Sie sind komfortabel und leichter. Yangs Fabrik kann in einem Monat 5000 Paar Schuhe aus Zeitungspapier herstellen, alle auf Bestellung. In China werden sie für 150 bis 200 Ehen, etwa 15 bis 20 Euro verkauft. Im Ausland kosten sie bis zu 100 Euro. Yang ist optimistisch, noch mehr Schuhe zu verkaufen, wenn die Menschen erkennen, dass umweltfreundliche Produkte im Trend liegen. Ich hoffe, dass unsere Produkte beliebter werden, wenn die Menschen ein besseres Bewusstsein und Verständnis für Umweltschutz haben. Yang möchte sein Geschäft jetzt auf Tragetaschen und andere Produkte, die aus recycelten Zeitungen gemacht werden, ausweiten. Und dann, wenn die Menschen ein bisschen mehr Schuhe aussehen. Untertitelung des ZDF, 2020